Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Der Kollege Martin Weiß ist leider spontan verhindert, kann die Sendung nicht machen, wir wollten sie aber nicht ausfallen lassen. Deswegen stehe ich jetzt an seiner Stadt hier. Ich begrüße auch gerne die YouTube-Gemeinde, die mal wieder live mit dabei ist. Ich habe hier schon gelesen, auf die Plätze, fertig, los und crash, schreibt René. Ich hoffe, dem wird nicht so sein. Ich frage gleich mal nach. Heute bei Johanna Krämer, unserer Korrespondentin in Frankfurt. Johanna, gestern haben wir moderate Verluste, aber wieder mal Verluste gesehen für den deutschen Leitindex. Wie könnte er denn jetzt in den heutigen Tag starten? Schönen guten Morgen, lieber Marco. Und ich freue mich natürlich auch, dich begrüßen zu dürfen. Und natürlich auch die YouTube-Zuschauer auf die Plätze, fertig, los, crash. Wäre schlimm, ganz von der Hand zu weisen, ist es nicht. Aber crash würde ich das tatsächlich noch nicht nennen. Aber wir gehen davon aus, dass der deutsche Leitindex mal wieder federn lassen wird und das direkt zum Handelsauftakt. Das heißt, laut den ersten Berechnungen wackelt die Marke von 12.200 Punkten, 0,3 Prozent im negativen Bereich. Erwarten wir den DAX jetzt zur Wochenmitte. Die Vorgaben sind alles andere als rosig gewesen. Gerade hatten wir schon gesehen, dass es in Hongkong beim Hang Seng über zwei Prozent nach unten ging. In Japan und in China sehen wir leicht freundliche Tendenzen. Traut man sich gar nicht auszusprechen. Es ist und bleibt aber die Furcht vor der Rezession und natürlich auch noch die Daten, die wir in dieser Woche erwarten. Heute Abend das FET-Sitzungsprotokoll. Morgen am Donnerstag dann noch die US-Inflationsdaten. Das zusammen eben noch mit Chinas Non-Covid-Politik, die wieder gefahren wird und eben auch den Anhalten kämpfen in der Ukraine, kommen alles andere als gut an. Und diese Gemengelage ist natürlich so, dass man hier erst einmal weiter Vorsicht walten lässt. Und der Ausblick auf das vierte Quartal, von dem man sich ja doch tatsächlich so viel erhofft, weil es ja traditionell das Stärkste im Jahr ist, der bleibt ein kleines bisschen verhaltener. Also wir müssen erst einmal abwarten. Hoffen wir nicht, dass es zum Crash kommt, aber eine angeschlagene Marktstimmung, die bleibt definitiv. Johanna am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, schreibt Technikzentrale. Kann ich mich nur anschließen? Und da kann man dann die kleinen Verluste des DAX auch ein bisschen besser verkraften. Danke dir für den Überblick. Wir blicken jetzt auf ein paar Einzelwerte, bevor wir dies tun, schauen wir nochmal ganz kurz. Johanna hat es ja gerade angesprochen. Der Dow eben gestern leicht im positiven Bereich, aber bei S&P und bei Nasdaq haben wir Verluste gesehen. Jetzt schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Glöckner & Co. beispielsweise, da sieht es ebenfalls nicht gut aus, denn der Stahlhändler musste seine Gesamtjahresprognose zusammenstreichen. Der Grund ist der starke Rückgang der Stahlpreise. Und zwar rechnet man jetzt beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also beim EBDA, nicht mehr mit 500 Millionen Euro wie bisher fürs Gesamtjahr, sondern nur noch mit 400 Millionen. Bereits jetzt im dritten Quartal lief es nämlich schlecht, denn man hat nur 16 Millionen Euro hier ausweisen können und damit deutlich weniger als dies geplant gewesen ist. Wir schauen uns mal die Glöckner Aktie an. Da wird sie uns im Jahreschart eingeblendet. Man hat ja diesen deutlichen Rücksetzer hier zu Beginn des Sommers gesehen. Ja, kann ich nicht einzeichnen, aber man sieht es ja auch. Danach hat man sich ein bisschen seitwärts orientiert versucht, wieder an die 200-Tage-Linie ranzulaufen. Am Ende haben wir dann aber jetzt oder mittlerweile ist es dann doch wieder so ein bisschen zurückgegangen und wir sind unter der 8-Euro-Marke momentan angekommen. Wir schauen auf Crop Energies an der Stelle. Da sieht es hingegen besser aus. Da lief es auch besser im zweiten Geschäftsquartal. Der Umsatz, der stieg in diesem, das ging bis Ende August, von zuvor 249 Millionen Euro auf jetzt 450 Millionen Euro. Crop Energies ist ja ein Biokraftstoffhersteller, Südzuckertochter. Man konnte das operative Ergebnis steigernd auf 93 Millionen und das ist eine neue Bestmarke. Übrigens beim Umsatz wurde auch eine neue Bestmarke erzielt. Zum Vergleich, jetzt 93 Millionen, im Vorjahr waren es 23 Millionen. Also wirklich eine ordentliche Steigerung. Wovon hat hier Crop Energies profitiert? Von den deutlich höheren Ethanolpreisen oder auch dem höheren Absatz an Ethanol und dann auch den deutlich höheren Preisen dafür. Und auch die Mengen und Erlöse von für proteinhaltiges Lebens- und Futtermittel. Auch da konnte man die Absätze deutlich steigern und vor diesem Hintergrund hat man dann die Jahresprognose bestätigt. Da sehen wir die Crop Energies Aktie. Da sah es deutlich besser aus. Geht immer noch nicht. Also es sah deutlich besser aus. Ich habe es nochmal versucht, aber wir sehen es ja hier. Auf über 16 Euro ging es zwischenzeitlich nach oben. Dann aber doch der krasse und deutliche Rücksetzer. Auch ein Verkaufssignal generiert, in dem wir hier unter die 200-Tage-Linie gefallen sind. Jetzt versucht man sich hier so zu stabilisieren. Mal gucken, wie die Aktie dann heute auf die positiven Meldungen reagiert. Schauen wir auf Geresheimer an dieser Stelle. Da gab es auch Positives zu vermelden. Von der Seite und zwar hat man den Wachstumskurs im dritten Geschäftsquartal fortsetzen können. Und auch hier wurde, wie bei Crop Energies, die Jahresprognose bestätigt. Im letzten Quartal, das lief von Juni bis August, da hat man einen operativen, bereinigten Gewinn von 90,5 Millionen Euro erzielen können. Währungsbereinigt entspricht das einem organischen Wachstum von 13,3 Prozent. Und auch beim Umsatz lief es bestens. Organisch ist der gewachsen um 17,4 Prozent. Es gab vor allem zwei Sparten oder zwei Geschäftsbereiche, die besonders gut liefen. Und zwar Plastic and Devices und Primary Packaging Glas. Die haben zweistellig zum Umsatzwachstum beitragen können. Geresheimer, sie waren auch an der Stelle. Da sieht es nicht so gut aus im Jahreschart für den Wert. Deutliche Verluste bereits seit dem Frühjahr. Zuletzt hat man sich versucht, hier wieder zu fangen, dass der Wert wieder nach oben dreht. Gestern ist man mit einem Minus von einem knappen Prozent aus dem Handel gegangen. Deutlichere Verluste haben wir gestern bei der Netflix-Aktie gesehen. Die ist über sechs Prozent, waren es glaube ich knapp sieben Prozent, aus dem Handel gegangen. Die Bank of America hat eine neue Studie herausgegeben für Netflix und hat die Einstufung bestätigt. Und zwar Underperform, sagt man nach wie vor. Nächste Woche wird Netflix jetzt Zahlen vorlegen. Es geht jetzt aber weniger um die Zahlen, sondern um das neue Werbemodell. Da sagt nämlich die Bank of America, die Werbekampagne des Streaming-Unternehmens wirke weiterhin etwas überstürzt. Man spielt hier auch ein bisschen auf dieses neue Abo-Geschäftsmodell an, das werbefinanziert sein wird und im November dann in den USA zumindest schon mal startet. Andere Experten sind eher der Ansicht, dass das einen neuen Boost an Mitgliederzahlen mit sich bringen könnte. Das andere Lager rechnet eher damit, dass vielleicht Bestandskunden wechseln. Also die jetzt noch mehr zahlen für das werbefreie Abo-Modell und dann eben wechseln zum günstigeren Modell. Ich bin selber Netflix-Kunde, ihr vielleicht auch. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dann wechseln werde oder nicht, wenn das Ganze mal nach Europa, Deutschland kommt. Aber die Sorge besteht eben da auch. Die Bank of America sagt weiterhin Underperform und Underperform, da trifft es ganz gut. Man hat hier sich seit Wochen, Monaten fast schon seitwärts orientiert nach dem Crash, den wir hier zu Beginn des Jahres gesehen haben, nachdem zum ersten Mal auch ein Abonnentenrückgang damals verzeichnet wurde. Es gab zwischenzeitlich, vorgestern war es glaube ich, auch mal ein kleines Lebenszeichen, nachdem da wiederum dieses neue Merbe-Modell von Experten positiv eingeschätzt wurde. Gestern aber dann der deutliche Rückgang von fast sieben Prozent. Noch deutlicher ging es gestern nach unten für Uber und Lyft, die Ridesharing-Unternehmen, nachdem es hier eventuell ein neues Gesetz geben könnte. Das Arbeitsministerium hat nämlich eine neue Regelung vorgeschlagen, dass die Fahrer von Uber und Lyft in Zukunft als Arbeitnehmer eingestuft werden oder angesehen werden und nicht mehr als unabhängige Auftragnehmer. Das heißt, dass Uber und Lyft ihnen mehr Geld zahlen müssen unterm Strich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das wäre ja aus Sicht der Fahrer oder grundsätzlich einfach nur fair und gut. Aber für das Geschäftsmodell von Uber und Lyft wäre es das natürlich nicht. Wir sehen hier, mittlerweile wurde uns sogar hier schon was eingezeichnet. Wir sehen hier, haben sie sich zum Teil gleich entwickelt, die beiden Unternehmen. Mittlerweile performt Uber allerdings besser, minus 47 Prozent. Dennoch das Minus auf Jahressicht. Bei Lyft ein Minus von 78 Prozent. Wir sind noch nicht ganz fertig. Das waren zwar die Unternehmen, die ich euch heute vorstellen wollte, aber ich will euch noch hinweisen auf DepotChamp. Morgen geht's los. Morgen Abend, 19 Uhr live hier bei YouTube und live auf der Aktionär.tv. Was ist DepotChamp? Diese drei Herren, Alfred Meydorn, Lars Winter und Martin Weiß, die liefern sich einen Battle. Sie bekommen jeder von ihnen 5.000 Euro Echtgeld ins Depot. Jeder hat ein Depot. Dann wird drei Monate lang gehandelt und dann wird am Ende abkassiert und geschaut, wer hat mit hoffentlich den meisten Gewinn mit diesem Startkapital erzielt. Wie gesagt, morgen. Ihr könnt live dabei sein, immer 19 Uhr. Es werden auch Live-Trades in der Sendung getätigt. Es gibt eine Newsletter, wo ihr weitere Informationen bekommt. Geht einfach auf www.depotchamp.de und ich hoffe, dass ihr dann morgen 19 Uhr auch einschalten werdet. Und dann noch ein zweiter Hinweis. Ihr könnt was gewinnen und zwar ein iPhone, wenn ihr mitmacht bei unserem Community-Index und euch da beteiligt. 20 Werte wurden von euch auch schon im Vorfeld jetzt genannt. Die wurden am häufigsten genannt, diese Werte. Und aus diesen zehn dürft ihr jetzt wieder einen Wert auswählen. Und die zehn Werte, die am häufigsten genannt werden, landen dann im Community-Index, der von uns wirklich aufgelegt wird, also vom Aktionär aufgelegt wird. Apple ist dabei, Amazon, Tesla, BYD, Porsche, Biontech, etc. pp. Also einen Wert könnt ihr auswählen. Ihr könnt in den Community-Bereich gehen bei YouTube. Dort gibt es leider nichts zu gewinnen. Das liegt an den rechtlichen YouTube-Bedingungen. Ihr könnt aber auch auf unsere Instagram-Seite von der Aktionär. Und dort gibt es tatsächlich, wenn ihr euch da beteiligt und einen Kommentar da lasst, auch die Möglichkeit, ein iPhone zu gewinnen. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich freue mich, dass ihr hier ordentlich mitgechattet habt, auch wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, hier zwischenzeitlich mitzulesen. Und nochmal die Erinnerung, morgen 19 Uhr gibt es dann den Depot-Champ. Heute übrigens keine Opening-Bell. Die muss leider entfallen. Morgen früh dann aber wieder Märkte am Morgen. Macht's gut. Schönen Handelstag euch. Ciao. Jetzt heißt es. Vielen Dank.